Wir mussten von der Autobahn runter. Dem Hintermann bin ich zu langsam gefahren, augenscheinlich. Das habe ich im Rückspiegel gesehen. Der ist völlig abgegangen. Ich denke, alter, entweder probt der für ein Musical oder der ist angepisst. Wir fahren von der Autobahn runter und stehen beide an der Ampel. Er macht die Scheibe runter und ich denke, ach guck mal, hat er den Weg vergessen. Mach ich meine Scheibe auch mal runter. Brüllt der aus seinem Auto in mein Auto rein. Ich ficke deine Mutter. Ich sag, was machst du? Ich ficke deine Mutter. Ich sag, fahr rechts ran. Der Typ fährt rechts ran. Ich sag, steig aus. Er dachte, jetzt gibt es auf die Fresse, steig aus. Ich sag, alter, wie alt bist du? Ich sag, warum? Ich sag, ich hab gefragt, wie alt du bist. Ich sag, 28. Ich sag, meine Mutter ist über 80, das hätt sie mir gesagt. Das hätt sie mir gesagt. Ich sag, was mein Gott. Es ist toll. Vielen Dank.